... Scheiße, das hat er gehört. Fuck, das hab ich verkackt. Das habe ich übel verkackt. Oh, fuck, man. Ja, Mist. Mist. Das ist man so gewohnt. Das ist man so gewohnt von jedem einzelnen Spiel, dass sie dich gar nicht hören. Bestes Beispiel, Assassin's Creed. Da kannst du fünf Meter oder vom ganzen Haus runterjumpen hinter denen und die hören nichts. Scheiße, wir haben natürlich auch kein Messer. Ich kann den gar nicht taketan. Das geht ja gar nicht. Scheiße. Das habe ich gut verschissen, das war. Ja, Mann, 20 Liegestütze. das sto Version. Das ist ja gar nicht. Das ist ja gar nicht. Kann ich mich jetzt entdecken? Ich renne jetzt. Ich renne jetzt einfach. Rennen, Forrest. Fuck, in dem Bereich war noch gar kein Alarm, was? Oh, shit. Ohne meine Ausrüstung ist das scheiße, Mann. Ich kann nicht mal zuschlagen. Ich kann ja nicht mal zuschlagen. Das ist doch kacke jetzt gerade. Das ist doch übel scheiße. Wie soll ich denn meine Einer, wie soll er das dann schaffen, Mann? Das geht doch gar nicht. Ich schaff das doch nicht. Wie scheiße bin ich eigentlich? So, her mit dem. Was ist das doch? Ja, ja, ja. So, her mit der Neu-Tonne-Besorgung. Ich will sie wohlbedenken mal an den Gefangenen festen. So, her mit der Gefahrenabtuchung. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, scheiße. Wie alt ist das Waffenmecker? Was ist los hier? Erinnert mich. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Alter, die Waffe ist ja ultrageil. Wo ist der Kerl, wo ist der Kerl? Direkt über uns oder wo ist der? Ich schenk das mal. Ich schenk das mal. Oder über uns? Wo ist denn der Kerl? Der ist über uns noch. Ist das mit Schalldämpfern? Ne ist es nicht. Ich sehe natürlich überhaupt nichts. Da war einer. Ich glaube ich tüte die jetzt einfach alle von hier oben. Wir sind da! Oh nein! Ich bin da. 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 Ist da noch jemand? Ich denke nicht. Also wenn da noch jemand ist, hätte der doch mitgeballert. Oder? Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Okay, komm. Scheiß Hunde. Wir sind frei. Hoffe ich doch. Oder? Scheiße, wir stecken fest. Scheiße, wir sind frei. Siehst du gut aus, wie jemand, der gerade aus Dürgisch geflohen ist. Kira, sei Dank, dass wir dich fanden, bevor du erfroren bist. Wie hast du mich gefunden? Kira zeigte mir den Weg. Eine Woche folgte ich deiner Spur. Ich betete ständig für deine sichere Heimkehr. Und die Götter erhörten mich. Danke. Danke nicht mir. Danke, Kira. Und dein Überleben hilft unserem Kampf. Das ist etwas, was Amita nicht versteht. Ich stehe immer hinter dir, Bruder. Ja, war doch gar nicht mal so schlecht. Die Mission war doch echt gar nicht mal so schlecht. Und das am Ende, ich glaube, in dem Season Pass mit den ersten DLCs und so weiter, da soll doch auch irgendwas mit einem Yeti kommen, oder? Also, auf jeden Fall sehe ich das immer als Bild, irgendwo. Na gut. Das Nachlage. Hatte ich das nicht gekauft? Hat es wieder nicht gespeichert? Könnte es sein? Okay. So, wir müssen uns auf jeden Fall mal diese... ...krasse Armbrust... Warte mal, wo ist denn hier... Wo ist denn hier der Schrank? Der Kaufschrank hier. Ist der oben? Ne. Warum gibt es denn hier das zweimal, zweimal das K... Wo ist das denn da? Ah, dafür bist du... Achso, ist sie... Äh? Achso, ich kann mein... Achso, ich kann mein Haus aufbessern? Weil es geht um... Ja.